Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX Analyse für Montag, den 13.07.2020 und der DAX hat hier ein bisschen die Bären abgeschossen, das Bild haben wir schon, das haben wir zwar schon ein paar Mal gehabt, aber das passt trotzdem ganz gut, denn die Tageskerze vom Freitag spricht eigentlich Spende. Solche ähnlichen Kerzen hatten wir die letzten Male immer wieder, das ist sogar ein recht interessanter Abstand, wie wir ihn haben, hatten wir am Montag, den 29.06. hatten wir so eine, am Montag, den 15.06. hatten wir so eine und jetzt am Freitag, den 10.07. auch nochmal so eine. Sie sehen ein bisschen, wie der Markt danach immer wieder reagiert hat, ist auf jeden Fall jetzt erstmal nicht brachial gefallen, lässt sich allerdings auch auf den Kerzen jetzt natürlich auch schon eine schöne kleine Trendlinie ziehen, das heißt, wenn die dann fallen würde, könnte man hier nochmal davon ausgehen, dass vielleicht nochmal so ein Schub kommt, bis unten, aber Stand hier muss man schon sagen, es waren viele Fenster auf der Unterseite geöffnet, immer wieder nicht genutzt, immer wieder kaputt gemacht, also fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie er das zum Montag jetzt gedreht bekommen sollte, so aus ist es natürlich alle total optimistisch, hat eigentlich nur eine Chance der DAX, und die ist gleich früh, der muss das gleich früh geklärt kriegen, sonst ziehen sie ihn hoch, ist so ein bisschen ähnlich wie das, was wir am Freitag versucht haben oder erklärt haben, ne, am Freitag haben wir gesagt, hat er eigentlich eine gute Chance, unten rauszugehen, aber er muss halt über den Mittag, also er muss über den Vormittag ruhig zur Seite schieben halt, ne, er muss bis 13.30, 14.30 einfach noch zur Seite schieben, um dann Nachmittag rauszufallen, weil wenn er das früh gleich macht, dass es halt einfach freitags oft nicht packt, ne, so haben wir es gesagt, und wenn er sich dann im schlimmsten Fall auch einfach aus unserer Unterstützungszone bei 4.35 hier nach oben windet und wieder zurückkämpft, dann, wahr gesagt, kann er halt auch bis zum Tagesende durchziehen, nach oben, jetzt schauen sie drauf, was er draus gemacht hat, ja, der Dachs kennt halt auch sich selber ein bisschen, ne, es sind nicht nur wir, die wissen, wie der tickt, ne, also gerade so eine, also ich habe für sowas, ich nenne sie immer kaum komische Regeln halt, jetzt sind letztendlich immer so zwei, drei Szenarien, die so ein Dachs für einen Tag hat, pro Tag, die sind von Tag zu Tag unterschiedlich, und er hat an jedem Tag immer ein anderes Bewegungsverhalten, aber am Ende ist es trotzdem immer wieder das Gleiche, was wir sehen halt, ne, und, ähm, das sind ja auch die Sachen, die wir bei den Seminaren immer damit platzieren, ähm, wo wir ein bisschen drauf gucken, da einfach ein bisschen mehr ein Auge drauf schulen und so weiter und so fort, aber, ähm, was ich, ja, wo, jetzt muss ich den Bogen eigentlich finden zu dem, was ich sagen will, denn auch am Montag gibt es so einen Punkt, und, ähm, der ist tatsächlich an die Xetra-Eröffnung gebunden, und wir sehen sehr häufig vom Dachs, dass er am Montag die Xetra-Eröffnung nochmal ein bisschen anzieht, und dann kommt so sein Zeitfenster, wie das, was wir am Freitag besprochen haben, ne, dieses 13.30 und dieses, ähm, direkt Frühzeitfenster hat er das auch hier direkt zum Xetra-Start, ähm, ähnlich wie das, was wir letzte Woche gesehen haben, sie erinnern sich, ne, Aufwärtsgap gekommen, und was hat der Markt gemacht? Er hat nach unten getrieben, das, ähm, wäre jetzt hier ähnlich zu werten, das heißt, wenn unser Dachs jetzt hier, ähm, höher eröffnet, und das wird er bestimmt machen, kommt bestimmt über 7.50 rein, ähm, vielleicht sogar 7.70, ähm, 800, das ist schon denkbar, sollte er von dort aber wieder runtertrudeln, ne, dann würde ich das hier einfach direkt wieder umdrehen, und würde sagen, okay, wenn er runtertrudelt, und dann ja auch so unter, hm, sag mal mal, 7.80 wieder zurückkippt, kann unser Dachs durchaus dann über den Montag etwas seitwärts abwärts tendieren, und damit entgegen der wahrscheinlich dann vorherrschenden Meinung einfach wegrutschen. Ja, aber jetzt wird es alle positiv sein. Da werden, da wird nicht viel Grund zur Skepsis da sein, da wird nicht viel Grund da sein, zu sagen, ja, jetzt muss er aber fallen, weil, es gibt halt keinen, ne, es ist einfach brutal stark, was der macht, der Kerl. So, wir sehen hier, Sie sehen, ich ziehe den Pfeil nicht ganz bis runter, ich ziehe den nur bis 5.75, ich glaube nämlich, das wäre zum Montag eine interessante Unterstützung, ähm, das sehen Sie hier, wie die schöne Impulskerze kam, die dann wirklich den Dachs nochmal nach oben getrieben hat, und die hat um 12.75, 12.85 eröffnet, das war auch das Niveau, an dem wir am Vortag geschlossen hatten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein schöner Anlaufpunkt wäre für einen Montag, von dort könnt ihr auch wieder stark nach oben drehen, ähm, das heißt, doll nach oben anschlagen, und ansonsten gilt es aber trotzdem, ne, weil ich jetzt gesagt habe, wenn alle den nach oben sehen, manchmal ist es halt auch einfach, dass offensichtlich etwas passiert halt, ne, und, ähm, sie können auch nicht immer davon ausgehen, wenn alle den nach oben sehen wollen, dass auch tatsächlich alle long handeln, ne, wir haben auch ganz viele Zuschriften wieder jetzt von Leuten, die jetzt hier Shorts drin haben, aus Versehen plötzlich kein Stop drin, ne, aus Versehen hat es den Stop Lost nicht gesetzt, aus Versehen war man gerade nicht am Platz, das sind, ähm, immer ähnliche Storys, die da kommen immer wieder mit dem gleichen Inhalt, ähm, Punkt, ich sitze noch in einem Short drin, was soll ich tun, Hilfe, ähm, was mache ich damit, wenn der Montag weiter nach oben läuft, ähm, das sind auch Leute, die sagen, sie sehen den Markt eher nach oben stehen, aber Short drin, ne, also manchmal ist das schon, ähm, äh, sehr interessant, und, äh, äh, muss man sehr feiflich sein, also was ich eigentlich sagen will, das Sentiment auch nicht immer zu hoch priorisieren, ne, als wenn der Markt nach oben treibt, dann treibt er nach oben, Punkt, wir können so ein Sentiment natürlich nehmen, als Indikation, um zu sagen, okay, uns sind jetzt heute alle zu long, deswegen schauen wir mal, ob wir unten raus ein paar Punkte kriegen, aber auch dort sollte man erst warten, bis der tatsächlich dann auch nach unten ein bisschen anzieht, bis er ein bisschen vorlegt, bis er mal eine rote Kerze bringt und so weiter, und auch wenn Sie das jetzt hier sehen, Freitag ist das komplett durch, durch alles grün, ne, also, der ist von vorne bis hinten, einfach nur durchgerannt nach oben, ähm, wenn der damit weitermacht, und auch zum Montag, auch nach dem Cetra-Öffnung, selbst nach der 10 Uhr, Stunden Schluss, immer noch weiter nach oben treibt, müssen wir dem Raum geben, und zwar richtig viel sogar, bis hoch auf die 9,25, vielleicht sogar noch darüber hinaus, 13.000, und so weiter und so fort, also, wenn er sich jetzt hier einrennt, dann rennt er sich ein, ne, denkbar wäre nochmal ein Rücklauf auf, ähm, diese 5,75 eben, diese 5,75, von dort können er auch wieder hochdrehen, Richtung 13.000, und alles was tiefer geht, ähm, da würde ich dann auch hier, diesen Short Trigger einfach wieder mitnehmen, wäre mir persönlich dann, schon wieder eher mehr für die untere Variante, ähm, darf man auch hier natürlich nicht außer Acht lassen, es gehört immer dazu, es ist keine Einbahnstraße, ne, kann letztendlich immer alles passieren, aber tendenziell, äh, sprich das, was wir jetzt gesehen haben, das, was wir haben, ähm, das, was auch an der Gesamtmarktlage da ist gerade, mal gucken Sie sich die amerikanischen Indizes mal an, gucken Sie sich mal Tech-Werte an, ne, also, da ist schon viel Kurs-Fantasie da, die auch nichts mehr mit, äh, fern oder, oder realistischen Unternehmensbewertungen zu tun hat, ne, aber das ist jetzt nichts, was jetzt plötzlich nicht passt, sondern das hat von Anfang an nicht gepasst, ja, also, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt Short, weil die Unternehmensbewertungen nicht passen, wäre jetzt auch nicht unbedingt richtig, weil, die Unternehmensbewertungen haben auch vor drei Monaten nicht gepasst, und trotzdem sind die Dinger gestiegen wie Scheiße, ne, also, da ein bisschen, da ein bisschen einfach aufpassen, ne, also, nicht, dass man sich da vergeht, weil das, das ist auch sowas, das hören wir momentan so oft wieder, dass Leute so anfangen, so ins Negative rein zu planen, sozusagen, ach komm, ich gehe jetzt hier in den Tesla und lege da alle 100 Dollar jetzt einfach in einen Short noch drauf und sowas, ah, es ist immer so eigentlich ein Zeichen, dass gerade ein starker Trend vorherrscht, weil so eine Fantasie kriegen die Leute immer erst gegen den Trend halt, ne, also, das ist ganz selten, dass Leute sowas mal mit dem Trend machen und tatsächlich in den Trend aufpyramitisieren, das ist nicht das instinktive Verhalten von Privatanlegern, ne, also, kurzum, für die, für die, die für das zu verworren war, kommt der Markt rein, treibt er 9 Uhr, 10 Uhr weiter nach oben, ist der, ist der Dax Long zu sehen, er hat Chancen oben raus, er hat Chancen, das letzte hoch zu erreichen, das liegt so um die 8,40 rum, darüber ist eine 8,80 erreichbar, und ein offenes Gap haben wir noch bei 9,25, liegen dann die 13.000, darüber Platz bis 13.200, das ist die Oberseite, ne, grüne Kerzen, in dem Sinne Bestätigung, sollte er anfangen, rot zu spucken, gegenzusteuern, zu zeigen, hey, ihr könnt mich toll finden, ich bin aber nicht toll, ich bin heute schwach drauf, geben sie ihm Raum, geben sie ihm für die Schwäche auch den Platz, und solange er dann nach unten treibt, hat er da entsprechendes Rücklaufpotenzial, insbesondere auch unterhalb von 6,80, das wäre hier eben mein Ziel, die 5,70, da würde ich wirklich den Fokus auf der Unterseite legen, aber dafür brauchen wir rote Kerzen, ohne rote Kerzen kommt man da nicht hin, Fakt, halt, ne, deswegen muss man nicht in die grünen Kerzen, wie verrückt dann reinschorten, reicht, wenn man einfach auf die roten wartet, und dann versucht, eben noch das Rücklaufziel quasi mit abzuholen, okay, ansonsten, geht er tiefer, wäre für mich Überraschungsmoment einfach da, ich denke, da würden viele nicht mit rechnen, die werden wahrscheinlich gleich früh im Aufwärtsgap ihre Shorts klatscht, Panik kriegen, wie auch immer, rutscht er dann runter, werden die sich wieder ärgern, und na, dann hat er es ja alle da, wo er haben will, ne, deswegen würde ich schon sagen, unterhalb von 5,30 ist für mich Überraschungsmoment auf Donnerseite möglich, und dann kann er richtig durchziehen, so, und was meine Montagsregel angeht, ist tatsächlich, die ersten zwei Kerzen sind entscheidend, für den ganzen Tag wahrscheinlich, also von daher, dort ein bisschen aufpassen, eigentlich genau die gleiche Soße, wie zum Freitag, nur andersrum, besser wäre es, ein bisschen zur Seite zu schieben, hinten raus zu pushen, dann kann er gut steigen, dann kann er weit steigen, dann kann er richtig durchziehen zum Montag, wenn er zu früh, zu hoch schon reinkommt, und dann umgedreht wird, Risiko, dass wir das gleiche wieder andersrum sehen, was wir am Freitag hatten, das ist einfach so, das wäre ein typischer Montag, genau wie das, eigentlich sogar ein ganz typischer Freitag war, ne, auf dieses Szenario der Eröffnung hin, ja, gut, Freunde, ähm, dann das soweit dazu, ich weiß jetzt nicht, ob es zeitig ist, nochmal, ein Seminar anzuheuern, aber, wir haben ja da nochmal eins reingestellt gehabt, ähm, was sich die Mitglieder bei uns im Chat gewünscht hatten, das ist allerdings relativ schnell voll gewesen, also es war kein, ich hatte das keine, keine 24 Stunden drin, dann war es ausverkauft, nun, ähm, ist aber die Phase vorbei, wo jetzt alles verbindlich, ähm, eingetütet wurde, und da hat sich bei herausgestellt, dass, drei von den Leuten, die vermindlich zugesagt haben, äh, gerne ihren Platz loswerden würden, wollen, ähm, beziehungsweise nicht teilnehmen können, und deswegen würde ich die Plätze einfach freigeben, ähm, ich würde es auch vielleicht jetzt schon machen, also ich bin mir jetzt unschlüssig, ob wir es jetzt machen, aber eigentlich ist es ja egal, ne, umso eher Sie das wissen, oder planen können, können Sie da nochmal eingehen, ähm, melden Sie sich einfach hier an, martin at money minus monkeys dot com, können Sie ein Mail, den schreiben, wenn Sie mit vorbeikommen wollen, am 19. bis 20. September wäre das dann, ja, also wer da noch Lust hat, mit zu kommen, drei Plätze sind jetzt, stand jetzt frei, also die werden, die Leute möchten nicht, können nicht kommen, möchten oder können nicht, ich weiß es nicht, also ich muss das glauben, was mir geschrieben wird, und, ja, ja, was soll ich jetzt noch erzählen, ähm, ich kriege mit, dass viele noch im Short drin hängen, also ich könnte mir ein Aufwärtsgap gut vorstellen, ich könnte mir vorstellen, wenn keins kommt, dass er nach oben ballert, zum C3-Eröffnung nach oben schlägt, dass wir gut und gerne eine 7,75 sehen, das glaube ich schon zum Eröffnung, und dann muss ich zeigen, kippt er dann um, halte ich die 5,70 für realistisch, bleibt er hier oben stabil, eiert nur so zur Seite, dann geht er am Abend auch weiter hoch, dann geht er auch am Dienstag weiter hoch, ja, gut, okay, alles klar, dann, ich mach aus, wünsche Ihnen viel Erfolg, guten Wochenstart, und wir hören uns, ähm, morgen wieder, ciao. Quellen Sie auf? Vielen Dank. Vielen Dank.